Freunde, aktuell gibt es in Hamburg genau zwei Spots, die so beliebt sind, dass die meisten vor Ende des Tages ausverkauft sind. Genau diese Spots werden wir in diesem Video abchecken. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie krass müssen diese Sachen schmecken, wenn sie so viral gegangen sind, dass sie es nicht mal schaffen, bis sie offiziell zu haben, noch Ware zu haben. Deswegen würde ich sagen, lehnt euch zurück, genießt das Video, an dem wir diese krass gehyptesten Spots einfach austesten. Und Freunde, wir fangen direkt an mit einem Spot, auf den ich mich extrem freue. Und zwar sind das diese viralen Pizza-Sandwiches. Vielleicht habt ihr das bei TikTok schon gesehen, es ist Pizza-Teig, da kommt Olivenöl in die Mitte, dann wird es zugeklappt, in den Ofen geschoben und dann kommt so ein richtig geiler, fluffiger Teig raus. Der wird aufgeklappt und richtig geil belegt und somit hat man so ein richtig geiles, so ein fluffiges Pizza-Sandwich-Erlebnis. Und genau das gibt es endlich in Hamburg und da fahren wir jetzt hin. So Freunde, ich bin jetzt hier vor dem viralen Bolle-Restaurant. Also es ist schon heftig, wirklich heftig, wie viel hier los ist. Es ist jetzt gerade 12.24 Uhr. Dieser container, dieser orangenen Container im Hintergrund, der hat jetzt gerade seit 20 Minuten auf. Hier, ihr seht schon die Menge, die Leute stehen Schlange, wir mussten auch schon Schlange stehen. Ich glaube, wir warten jetzt locker auch so 15, 20 Minuten, obwohl man dort nicht sitzen kann. Also quasi nur Takeaways, es gibt so ein paar Außenstühle so quasi, um zu essen. Aber eigentlich kannst du hier nicht richtig sitzen und es ist trotzdem so viel los. Das heißt, es muss eigentlich schon geil schmecken. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze schmecken wird. Zwei Stück habe ich jetzt geholt, um das zu testen. Aber es ist krass. Also es hat schon den übelsten Hype ausgelöst. Und was auch auf jeden Fall dafür spricht, ist halt, die sind in Hamburg die Einzigen. Also es gibt, glaube ich, kein anderes Restaurant, was diese viralen Pizza-Sandwiches anbietet. Ich glaube, Masee Masee macht es auch noch. Aber nur als Special. Ich glaube nicht, dass es fest auf der Karte ist. Krass, aber anscheinend haben die das durchgespielt, das Game. Deswegen freue ich mich extrem auf unser Sandwich. So, Freunde, das Pastrami-Sandwich für 15 Euro. Ich bin ehrlich, auf den ersten Blick, es sieht mir nicht nach 15 Euro aus. Es ist halt wie so eine zusammengeklappte Pizza als Sandwich. Aber es sieht ultra fluffig aus. Ich habe schon Bock drauf. Es ist ja im Prinzip ein Pizzateig. Da kommt Olivenöl drauf in die Innenseite. Dann wird das zusammengeklappt und gebacken. Und nach dem Backen kannst du dadurch, dass da Olivenöl in der Mitte drin ist, es wieder aufklappen. Und dann halt belegen. Und ich habe jetzt hier Pastrami mit ein bisschen Krautsalat, Käse und das war's. Wenn man weiter in die Mitte kommt, schmeckt man mehr Belag. Der Teig ist an sich gut, schön fluffig. Und es hat, obwohl es ein Pizzateig ist, schon so Sandwich-Charakter. Aber es wird nur, je weiter man in die Mitte kommt, noch geiler. Ich habe jetzt hier nochmal die Version mit Pistazien und Mortadella. Ist auch richtig lecker. Ich weiß nicht, ob ich hier komische Oliven habe, aber die haben hier einen komischen Geschmack. Pistazien mag ich nicht so gerne. Das? Ja. Das ist nicht so lecker wie das? Nee, ist nicht so geil, ne? Die hätten so Pistazien-Pesto machen können. Ja, ja. Pistazien-Pesto hätte da reingemusst, ne? Aber hier bei Pastrami ist es geil, dass es so saftig ist. Mmh. Mmh. Holt euch Pastrami, wenn ihr hier seid. Weil unten ist noch Cheddar drauf. Und je weiter ihr in die Mitte vom Sandwich kommt, desto geiler wird es. Also Fazit. Es ist keine 10, es ist keine 9. Es ist vielleicht eine 8,3. Das ist schon nice. Aber ich weiß nicht. Also ich habe jetzt hier für zwei Sandwiches fast 30 Euro bezahlt. Das ist schon ein bisschen zu viel, finde ich. Da müssen wir noch was machen. Also der rechtfertigte Preis für so ein Sandwich wären so 11 Euro, muss ich sagen. Kann auch sein, dass Pastrami, weil es so teuer ist, ne? Pastrami hat jetzt 15 Euro gekostet, das andere hat 12 gekostet. Trotzdem 8,3. Also es ist eine coole Idee, es ist geil, es schmeckt auch geil, es ist mal was komplett anderes. Aber ein bisschen zu teuer. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr, falls ihr aus Hamburg kommt, das schon mal gegessen habt. Und wenn ja, ob ihr da wieder hingehen würdet. Also ich würde definitiv nochmal hinkommen, weil es mir schon eigentlich ziemlich gut schmeckt. Allerdings müsst ihr auf jeden Fall Wartezeit mitbringen, weil wir sind direkt gekommen, als es aufgemacht hat. Und wir müssen trotzdem eine halbe Stunde warten, weil so viele Leute da waren. Aber es ist mal nice, was anderes zu sehen, auch in Hamburg. Und ich finde es auch geil, dass Hamburg mal mit etwas die Ersten sind oder mit die Ersten. Also ich glaube, in Berlin und Köln gibt es das schon. Aber ansonsten kommen so geile Trends immer, immer, immer als Letzte nach Hamburg. Ich würde sagen, wir essen jetzt auf und dann geht es weiter. Und Freunde, ich glaube, über Prepper Meal muss ich euch nicht viel Neues sagen. Es ist eine super geile und gesunde Alternative, sein Mittagessen oder sein Mealprep mit nach Hause zu nehmen oder mit auf die Arbeit zu nehmen. Ihr könnt es überall machen, entweder am Topf oder an der Mikrowelle. Und in wenigen Minuten habt ihr einfach eine super cleane Mahlzeit mit sehr viel Eiweiß und mit dem Code Wingdodo könnt ihr nochmal ein bisschen extra sparen. Also ich finde, es ist die leichteste und gesündeste Methode, quasi Fast Food zu sich zu nehmen. Denn es kommt aber auch frisch gekocht, tiefgefroren bei euch an und ihr braucht es einfach nur auspacken, aufwärmen und direkt genießen. Ihr könnt auch die Mahlzeiten genauso tracken. Ihr habt immer die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Kategorien euer Essen auszuwählen. Wollt ihr zum Beispiel abnehmen oder ihr braucht was für den Muskelaufbau oder ihr wollt High Protein essen. Es ist für alle was dabei und glaubt mir, die Gerichte schmecken super, super lecker. Deswegen, vielen, vielen Dank an Prep My Meal für die Unterstützung dieses Videos. Verwendet den Code Wingdodo, um nochmal was zu sparen, wenn ihr bei Prep My Meal was shoppt. Und ich bin super gespannt auf euer Feedback, deswegen schreibt mir hierfür auch gerne bei Instagram und wir machen direkt weiter mit dem Video. So Freunde, ich war kurz beim Friseur und es geht weiter. Für den nächsten Foodspot sind wir jetzt nach Altona gefahren und zwar ist hier in einem Rewe ein Soul Chicken Store. Hier gibt es nämlich Korean Fried Chicken und ich blende euch hier mal den Instagram Kanal von ihnen ein. In der Bio stehen die Öffnungszeiten und dazu noch Closes When Sold Out. Richtig krass, also das Ding hat genau so wie der Spot davor, nur so lange auf, wie sie auch Ware für den Tag haben. Also das heißt, hier muss ein geisteskranker Haid pärschen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen reiten. Ich habe auch übels Hunger und auch übels Bock auf Korean Fried Chicken. Mit Neuöffnungszeiten. Ziehen wir uns jetzt ein tolles Korean Fried Chicken rein. Also Freunde, komm, wir packen es. Also, das ist das Chicken Takang Gang. Ja. Eisübersetzt, koreanische Snack, also Chicken Snack. Das wird bei uns kalt serviert. Da habe ich den Vorteil, dass durch diese Abkühlung nusbiger wird. Ah, krass. Genau, und die Soße saugt sich quasi in die Panale rein. Das heißt, es wird auch ein bisschen saftig. Ah, okay. Wie du gesehen hast, das ist gerade frisch aus der Pfanne. Das heißt, der ist ein bisschen warm. Ich würde empfehlen, es abkühlen zu lassen, muss doch aber nicht. Warm schmeckt es aus. Okay. Ja, geil, ich probiere beides. Okay, Leute, wir sind jetzt hier mitten im Rewe. Guck mal, wenn ich jetzt hier nach unten filme, hier kann man einfach direkt einkaufen. Hier oben kann man so sitzen. Guck mal, ich mach mal hier so ein bisschen. Da kann man so sitzen und einfach sein Essen genießen. Also, das finde ich ja überkrank, dass man sich einfach hier sein Essen holen kann. Du kannst runtergucken, kannst den Leuten beim Einkaufen zugucken und hast hier so dein Menü. Und ich bin extrem gespannt, wie das Ganze schmeckt, weil es sieht wirklich fantastisch aus. Vor allem gab es hier auch noch so ein koreanisches Getränk. Und das machen wir jetzt erst mal auf. Kokopoim heißt das. Mal gucken, wir gehen rein. Boah, übelst süß und Kokosnussstückchen drin. Boah, das ist zu süß. Ich bin gespannt auf das Korean-Fried-Chicken. Wir haben von allem ein bisschen bekommen. Das finde ich auch geil, dass man so Probiergrößen hat. Und das hier soll kalt sein. Also kalt soll es am besten sein. Wir haben noch ein paar warme dazwischen. Ich denke, ich sage, wir gehen einfach mal rein. Aber, boah, es riecht so gut. Wow. Mh, das ist köstlich. Boah. Ich hatte gerade scharf, also Chili. Richtig gutes Ding. Hier noch ein bisschen Kraut. Mh. Geile Soße da drauf. Dann haben wir hier nochmal Garlic, also Knoblauch. Sieht einfach nur gut aus. Schmeckt geisteskrank. Schmeckt richtig gut. Was ist das schmecken? Mh. Boah, Garlic ist auch krass. Ich habe alle drei hier, ja. Bis jetzt hot. Ja. Ja, Sweet Chili. Richtig geil. Boah. Boah. Leute, was für eine geile Kombination. Wir haben hier warmen Reis. Dann hier so ein richtig geiles, gewürztes, paniertes Korean-Fried-Chicken. Was kalt ist, damit es noch knuspriger ist. Vor allem da merkt man wieder, dass es einfach durchgedacht. Man lässt es bewusst abkühlen, damit es knuspriger ist. Und dann serviert man warmen Reis dazu, damit die Speise nicht kalt ist. Das ist Pfeifat. Mh. Boah. Krass. Komme ich nicht drauf klar. Ist richtig, richtig gut. Also, ihr müsst euch mal reinziehen, was man hier für 12,50 Euro bekommt. Ich habe jetzt hier M genommen, also Medium. Wird man locker satt von. Übelst viel Chicken. Reis. Genau das, was man will. Boah, das ist köstlich. Und diese Kombination auch mit dem Pol. Die ist es einfach. Mh. Für mich wirklich straight eine 9 von 10. Und was ich auch geil finde, es gibt ja viel Korean-Fried-Chicken. Was sonst auch so übelst Essig-lastig ist. Z.B. in UK haben wir auch mal Korean-Fried-Chicken getestet. Es hat so krass nach Essig gerochen und geschmeckt, dass sie es nicht essen konnte. Und ich mag Korean-Fried-Chicken, wo kein Essig dran ist. Weil das schmeckt einfach besser. Beziehungsweise nicht so viel. Und das hier ist, das ist richtig geil. Da würde ich niemals drauf kommen, mich hier hinzusetzen. In einem Rewe. Also Platz 1 auf jeden Fall hot. Platz 2 garlic. Und Platz 3 ist, glaube ich, so dieses Sweet and Chili. Okay, Freunde, wir sind fertig mit dieser Tour. Und ich würde sagen, wie krass waren diese beiden Spots. Ich finde, für mich gibt es, weil es so verschieden ist, in diesem Video keinen klaren Favoriten. Korean-Fried-Chicken auf seine eigene Art und Weise übertrieben krass. Aber auch diese Pizza-Sandwiches sind nicht zu unterschätzen. Allerdings muss ich ehrlich sagen, für die Pizza-Sandwiches, vielleicht kommen noch ein paar mehr Leute. Und halten den Preis mal ein bisschen im Zaun, weil das ist schon echt ein bisschen viel. Aber es ist trotzdem ein Erlebnis wert. Deswegen, wenn ihr in Hamburg seid, probiert diese Spots aus. Ich verlinke sie unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, liken, kommentieren, Glocke aktivieren. Vergesst auch nicht, die Links in der Videobeschreibung abzuchecken. Natürlich MyProtein und natürlich auch ganz wichtig, PrepMyMeal mit dem Code WINGDODO. Könnt ihr natürlich auf eure Lieblingsmahlzeit auch nochmal saftige 10% sparen. Und vielleicht schafft es PrepMyMeal ja auch zu euch nach Hause. Dann könnt ihr mir gerne bei Instagram schreiben oder mich verlinken. Dann reposte ich das Ganze. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin erstmal wieder raus. Tschüss, 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 tschüss tau, haut rein.